Sooo Leute, ich habe lange Weile und deswegen gibt es heute mal ein neues Free2Play von mir. Angespielt bleibt diesmal, wie ihr schon seht, World of Tanks. Ich habe manchmal hier den Tank ausgedruckt, ich habe mir das bisschen versucht halbwegs durchzulesen und würde sagen, wir gehen einfach mal ins Gefecht. Ähhh, ja das habe ich mir gerade schon mal ungefähr angeschaut. Ja, was, das ist vielleicht noch wichtig, ich glaube ich muss nur mal kurz schneiden, also wundert euch nicht, wenn hier gleich ein Schnitt drin ist. Fahrt jetzt habe ich noch einen Jagdpanzer, selbst. Jetzt habe ich den Panzer mit der Panzerschwere Panzerpanzergegner. Es gibt eine Markierung für Teamkiller, sehr geil. Finde ich schon mal super. Okay. Ins Gefecht. Zuvor ins Gefecht. Okay, Himmelsdorf, nehmen Sie die gegnerische Base sein und zerstören Sie alle gegnerischen Fahrzeuge. Alles klar. Und ich sehe gerade, ich habe einen leichten Panzer und... Gefecht beginnt in... Okay. Alles klar. Dann mal sehen, wie ich jetzt in meinem ersten Gefecht schlage. Ich habe sowas bloß 25 Frames. Hm, wird aber auch nicht besser. Keine Ahnung. Auf geht's! Ich versuche mal direkt zu flankieren. Wenn ich mich noch höre, das hoffe ich einfach mal. Okay. 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 Wir haben sie voll erwischt! Cool getroffen! Wir haben sie voll abgeholt! Wir haben sie böse erwischt! Wir haben sie verletzten. Das scheinen wir gerade ja ganz gut zu gewinnen. Schauen wir nicht, dass hinten einer rumfährt. Hinter uns. Ok, also der zieht nach, alles klar. Cool, der hat mich halt noch unterstützt, alles klar. Schönes Ding. Wo ist eigentlich mein Leben? Ich hab übrigens nur 100% kann das sein. Zumindest danach aus, ich hab immer noch grün. Alles. Andere Schussvarianten hab ich nicht, von daher ballern wir einfach weiter, würde ich behaupten. Gegenunterstützung für der O-Bot. Boom. Minus 96. Schande. Da war's vorbei. Und gewonnen. Cool. Finde ich super. Ich weiß nicht was ich gemacht hab, aber Gefechtseffizienz. Schaden am Feindvorzeug, 32, 29, 38, Aufklärung durch Sie, 10, 30. Okay, man kann ja so oft klären, alles klar. Cool. Team-Auswertung. Kann man das irgendwie nach den Punkten sortieren, was auch immer das ist? Erfahrungen oder was? Auch Okay, wir haben drei verloren, die haben das ganze Team verloren. Of course. ist gemein ich würde sagen ich spiele noch eins lt traktor nehmen anscheinend viele ft 17 warte auf spieler ach du schande so einstellungen steuerung automatisches ziel richtung aus zielen deaktivieren granaden doch vergrößern kleinen minus und das muss ich mal kurz testen bevor ich irgendwo hinfahre wie das funktioniert ist gleich nö verbündete zerstört what the fuck ach hier ist wie ein teamkiller unterwegs oder was ach deppen was soll denn das so so das muss wehtun das muss wehtun au spaß das soll denn das ihr seid solche deppen ja ich frau zur seite vorderein verweiter wichser hey ehrlich was soll denn so eine grütze ich stehe dann erstmal volles ballett in die seite ich stehe dann erstmal volles ballett in die seite ich stehe dann erstmal volles ballett in die seite gut im du du zu du 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 Das war's. Au, von wo denn? Von hinten? Ich würd sagen, das verlieren wir. Aber ich muss mir meine Einstellung ändern, irgendwie. Hier gab's doch beim Ziel... Mitteilung, Kamera, Wall Street... Ach, Minikarte ist das super, die brauch ich natürlich nicht. Braucht man denn andere Gefäße? So, hier drüben wir das Menü... Hin... Oh, ich würd sagen, jetzt haben sie ausgesessen, schön. Haben wir aber noch einen... Ne, drei, die bei uns stehen eigentlich. Eins, zwei... Wo ist denn der dritte? Ehrlich, wo hat denn der sich versteckt? Feige Sau, ey! 20 Kilometer vom Schlachtfeld weg! Zurück zur Garage... Ja... Ich kann ja eh nix mehr machen. Aber krieg ich keine... ...Abrechnung. Find ich irgendwie gemein. Und irgendwie lädt's für allen den Panzer nicht... Jetzt lädt's den Panzer nicht! Ah, Fahrzeug im Gefecht! Ah, Fahrzeug im Gefecht! Okay... Dann hätte ich natürlich auch nicht zurückgehen müssen. Was ist das denn eigentlich? Leichter Panzer... Ah, leichter Panzer... Leichter Panzer... Warum ist denn der eigentlich so langsam? Hilfsgeschwindigkeit... Ja... Machen wir nochmal das nächste Zufallsgefecht. Nehmen wir einfach mal an irgendeinen anderen. War zwar auch Spieler. Da hat noch jemand meinen genommen. Versuch ihn mit einer anderen Lackierung, wie das aussieht. Ich hätte gern ein besseres Ziel, wie sie ja jetzt. Schrecklich. Ach, das ist der MS1 LT Traktor. FT-17. Ist das vielleicht der FT-17 da? Der sieht so ähnlich aus. Hat auch schon Dinge hinten dran. Aber halt nicht das gleiche. Ist ja in Ordnung, ey. Ist doch gerade das gleiche wie eben. Blut andersrum. Ah, da steht einer drin. Leute. Ich will nicht aufs Ostenfeld fahren. Da bin ich gerade schon gnadenlos draufgegangen. Boah. Alter Schwede. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Boah. Ekelhafter Traktor. Was? Schießt wieder einer von hinten auf die eigenen Leute oder was? Das ist Spasten. Das ist Spasten. Und. Das ist Pferd! Ja. Wohne ist bloß. Warum fahre ich gnadenlos in die gegnerische Basis rein? War das ein Treffer von mir? Vermuten wir eher nie Wir ballen hier auf unsere Leute Das wüsste ich gern mal Kette beschädigt! Au 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 Sie haben uns! Los! Ich hab doch mal geschossen Was ist denn das eigentlich für ein rumgecamper? Das Spiel gefällt mir nicht, dieses dämliche rumgecamper Und einer guckt irgendwo ganz hinten rum, ja ist klar Chillt euch ein Wolf, ehrlich Also ihr habt glaube ich verstanden wie es funktioniert Und der scheint sogar AFK zu sein Der steht nämlich seit Anfang an hier Hat nicht 1mm bewegt Gegner hat noch 4mm Das ist ja gemein, der fährt jetzt ganz hinten ran Das ging natürlich besonders gut mit dem schnellsten Oder du nimmst halt einfach ein Bleib doch einfach im Stützpunkt stehen, du Depp! Ja Ja, er fährt genau raus Ehrlich Bomben tot! Hätte es einfach eingenommen Wäre einfacher gewesen Und die gucken sich dann jetzt einen Wolf runter Das ist so sinnlos Irgendwie ein Timer, 10 Minuten Timer Ja, da rege ich mich schon wieder viel zu sehr auf über das Spiel Die erste Runde war lustig, der Rest war, naja Wartung Kaufen Auffüllen Munition Munition Ja Nee, geht sogar Dann muss ich den Scheiß noch kaufen, nachdem ich ihn erforscht habe Okay Jetzt sollte er generell ein bisschen besser sein Jetzt sollte er generell ein bisschen besser sein Das sieht ja schon ganz anders aus Ja, stört mich nicht Fahrzeug im Gefecht Ja, ich würde sagen Leute, das war's erstmal von dem Spiel Ich werde gleich noch eine Runde Mesh Warrior Online spielen und das dann auch Sozusagen das free to play Titelohr laden Deswegen bis bald Das war's Das war's